Unter dem Motto Vielfalt statt Einfalt fand am Abend des 24. Januar die Ausstellung des Künstlers Werner Krause statt. Zusammen mit der Münsteraner Künstlerin Ulrike Franz hießen sie die Gäste willkommen. Talente, die selbst deine Mutter nie vermutet hätte. Besonders kennzeichnend für seine Kunst ist die Gestaltungstechnik. Die Spannbreite reicht hierbei von Spachteltechniken bis hin zu Pinselarbeiten. Auffällig sind auch seine exzentrischen Motive. Das Interesse an der Kunst hat Krause allerdings über Umwege festgestellt. Ich hatte die Bekanntschaft gemacht von der Frau Franz und da hatten wir auch über Kunst, über Malerei und dann habe ich aber die Malerei für mich völlig in Abrede gestellt. Das hat überhaupt keinen Zweck. Das hat sie irgendwie nicht geglaubt und sagte eigentlich hat jeder so ein bisschen, du kannst doch mal in die Malgruppe kommen und einfach mal gucken, wie dir das so gefällt. Das habe ich auch gemacht und habe dann aber nach ganz kurzer Zeit auch festgestellt, dass da doch ein gewisser Zauber von ausgeht. Alleine die Beschäftigung mit Leinwandfarbe, so fing das dann langsam an. Das hat mich also gepackt und dann hat es mich nicht wieder losgelassen. Die eindrucksvollen Ergebnisse der letzten zwei Jahre sind in dieser Ausstellung zu erkennen. Bis zum 22. April 2020 können die Werke im Bennohaus betrachtet werden. Bis zum 22. April 2020 können die Werke im Bennohaus betrachtet werden. Bis zum 23. April 2020 können die Werke im Bennohaus betrachtet werden. Bis zum 23. April 2020. Bis zum 23. April 2020иться. Bis zum 23. April 2020, überprüfen Sie gehe.